Aber fragt Regina vorher, ob sie einen Freund hat, der besser ist. Wie bitte? I'm a good girl. Woo, baby! Abgehoben, Regina, das war's mit uns beiden. Ganz ehrlich, Alter. Ja, aber Regina, ich muss echt sagen, unsere Runden in COD waren echt nice. Die waren wirklich nice. Es hat echt sehr viel Spaß gemacht. Wirklich. Müssen wir wiederholen. Safe. Und sonst, wie war dann Sonntag so? Also mega entspannt, aber eigentlich auch so wie immer. Wie ist bei euch gestern und heute das Wetter gewesen? Gestern bewölmt, heute eigentlich relativ gut. Hä? Voll komisch. Ich hab mich nämlich gewundert. Gestern hab ich nämlich eine Story gemacht, wo ich auch meinte so, yo, genießt ihr das gute Wetter. Weil bei uns war 27 Grad, extrem heiß, keine einzige Wolke im Himmel. Und alle meinten so, hey, bei uns regnet's. Und heute regnet's bei uns. Und bei euch ist Sonnenschein. Ja, mega komisch. Also keine Ahnung, was da mit dem Wetter los ist. Oder? Yo. Hallo. Moin, Nico. Hey, was geht, Digga? Alles gut, oder was? Ja, bei dir... Ja, alles gut, Digga. Das ist 23.09 Uhr. Smalltalk auf Wetterbasis ist so... Ja, und? Ich war schon um 23 Uhr hier, Diggi. Ich hab auf dich gewartet. Nee, nee, ich hab gesehen, dass du nur um 23 Uhr in die Reportage reingezogen hast und nicht auf dem Discord warst. Ich war auch um 23 Uhr schon auf dem Discord. Aber halt nicht unmute. Ich hatte mal Mike gemutet. Wärst du gekommen, hätt ich sofort mit dir geredet, mein Schatz. Achso, okay. Dann ist alles in Ordnung. Besser ist es, Digga. Moin. Die haben wir auch schon länger nicht mehr gespielt, die Kluf. Was geht gerade bei Steam, Digga? Warte mal ganz kurz. Ey, ich... Irgendwie gerade ein i-Log-Fehler gehabt, eine Sekunde. Hat da wieder irgendwas geleaktet, oder was? Wollt ihr mit einem anderen Outfit unterwegs, Regina? Ja. Ich kann... Die ganze Zeit raus, ist mir scheißegal. Hört auf, nachzujoinen wie die letzten Idioten. Habt ihr keine Hobbys, oder was? Immer die gleichen. Meine Fresse. Hobby, los. Der Chat beliebt in mich. Dankeschön, dankeschön. Beliebt in meine nicht vorhandenen Skills. Ich weiß nicht, ich rechne das sehr hoch. Amont ist was, glaube ich, auch gemacht. Warst du noch in der Warzone drin, du Wichser? Nee. Wäre aber mal schön, wenn du jetzt auch mal nachjoinen könntest, Digga. Okay? Ich bin noch... Also, Moin, ich bin schon lange hier drin. Ich weiß nicht, was das passiert. Ja, jetzt... Also, ich verstehe auch nicht, warum du so aggressiv bist. Nö, alles gut, Digga. Dann joint rein. Äh, nein, ich weiß nicht, wir können von mir aus alle einen Honi in den Pott schmeißen oder sowas. Ja, gut, machen wir. Okay. Aber nur ganz kurz, äh, also, wer gewinnt dann den Honi? Der, der als erstes drei Schlüsse, äh, drei... Drei Pokale. Drei Pokale, genau. Also insgesamt 400 im Pott und nur der erste kriegt dann im Grunde 300 plus. Mhm. Okay, also das heißt, ich hätte jetzt die Möglichkeit, 300 Euro plus zu machen. Es wäre aber auch die Möglichkeit, dass ich 100 Euro verliere. Fall fest. Wir müssen auch nicht um nichts. Ja, aber dann macht es schon ein bisschen spannender. Vor allem für mich. Also, komm. Also, mir macht das nix aus, entscheide dich. Komm, ja, doch, dann machen wir's, komm. Ja, komm, let's komm. Richard, Nico. Hey, stimmt, hat mich jetzt zu anstrengend. Ja, ich, ich, also, wenn's, also, ja. Ich glaube dir sonst auch ein VW. Ja, komm, wir kriegen dich dann schon irgendwie wieder hin. Wir kriegen's schon irgendwie wieder hin. Okay. Alles klar, dann, äh, ja, Winterdlans, Redspiel... Oh, gut, okay, jala. Ist eigentlich mega riskant. Ich spiele da spiel zum zweiten Mal erst. Ja, deine 100 Euro sind free 100 Euro. Das muss man sagen. Ja, das ist halt einfach, das sind free 100 Euro. Ja, aber ganz ehrlich, ich will sportlich sein, komm. Ja, ist ja in Ordnung. Ey, das wär echt nice, wenn ich jetzt gewinne. Aber Nico, die ist schon klar, meine 100 Euro kriegst du erst so in zwei, zwei Wochen oder so, oder drei Wochen oder vier Wochen vielleicht auch so, wie du es auch mit Tassos gemacht hast. Ich hab Tassos immer noch nicht überwiesen. Ja, dass du das auch noch so sagst, als wenn du da stolz drauf bist. Erz immer noch nicht. Es fack mich halt einfach ab. Das ist immer vergessen. Ich hab sogar schon sein Paypal, Digga. Und ich müsste es einfach nur überweisen und ich vergesse einfach die ganze Zeit. Ja, traurig, Digga. Oha, guck mal, Tassos und ich sind Kollegen, wir sind beide Griechen, der weiß, der bekommt sein Geld irgendwann nicht vergessen. Der bekommt sein Geld, er bekommt sein Geld. So wahr ich hier stehe. Bin mir ziemlich sicher, dass du nicht gerade stehst, sondern sitzt. Was ist das für ein Versprechen? Ähm, ich stehe. Stehst nicht. Ja, jetzt bist du aufgestanden. Wer ist das jetzt? Das bin ich. Oha, mit Zöpfen? Ja. Ein Obstuhlmischchen auch brav angelehnt, das Gefühl. I'm a good girl. Woo, baby. Juhu. Hey, we got it. Stabiler Stapel. Gut, ich habe Schlüssel. Ich habe 40 Schlüssel. Ich kann jetzt schon so erstes Mini-Game kommen. Gibt mir ein gutes... Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein, nein. Jawoll, mein Lieblingsgame. Ich bin Ibel zerrumpfen, Digga. Was ist da los, Mann? Jetzt dürft ihr mich nicht aus dem... Oh, scheiße. Niko, ja, klar, das war die Basics-Korel. Jetzt reicht die Mal zusammen. Okay, ja, in dem Spiel bin ich nicht so gut. Letztes Mal war es nicht schlecht. Ich reiße mich zusammen. Okay. Komm, Marcel. Oh, das gibt's nicht. Ich habe gedrückt, du Missgeburt. Ich habe gedrückt, verdammt nochmal. Das gibt es nicht. Verena, länge nicht ab. Ich habe verdammt nochmal gedrückt. Ja, Chat, es tut mir unglaublich leid. Aber ich habe auf S gedrückt für runter. Ich habe auf S gedrückt. Und es hat nicht funktioniert. Ich raste aus. 100 Euro sind weg. Ich verliere 100 Euro jetzt. Was? Ich habe es vergessen. Glaube ich. Oh! Fuck, ey, Mann. Digger, ich bin der echte. Dully 9000, echt, ey. Wichtig. Da nehme ich jetzt... Ich... Digger, wenn ich jetzt schon die Kiste... Das Geschenk nehmen. So eine Sache, ne? Ja, ich habe da nicht Glück. Das weiß ich jetzt schon. Ich wollte nicht, dass das erste direkt hinführt. Ich weiß nicht, Mann. Ich muss, ich muss, ich muss, geht nicht anders. Go! Wer? Wer, wer, aber auch. Ja, Mann, Mann, der Code im Ding hat, ist so zum Kotzen. Ah, nee, das möchte ich. Also, das ist frech, Digga. Ich habe nie Glück mit dem Scheißding. Ich finde, ich finde es ein Teleport-Dingsbums bekommen. Oh, Regina, jetzt sind sie mir auch noch meine Namen. Nee, wer ist das? Nicht bloch, ich. Oh, nee, das wäre ich mir im negativen Werken, Kapi. Ach so, okay. Aber er, bester Mann, Medi. Ich habe immer an dich geglaubt. Bester Mann aller Zeiten, besser als alle. Ja, okay, scheiße. Hier mit dem Teleport-Dingsbums. Ja, alles klar. Ja, gut, 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 gut. So, Digga, wie kann man so sein? Wie kann man so sein, Chat? Ja, natürlich, Digga. Anboden ist sowieso nie da. Was habe ich für Items? Okay, ich kann mich heilen, ich kann mich heilen, alles gut. Bei Medi läuft, komm, gib mir ein gutes Game. Ah, nee, Regina ist ja noch dran. Ja, komm, man erst mal so. Hallo. Ja, ey, was ist da los? Das gibt's doch nicht, hallo. 0. Tastatur spinnt wieder. Alle kriegen Geschenke. Juhu. Okay, jetzt kommt mein Spiel. Das ist dieses, äh, nee. Ich hab, was heißt hier übrigens genau, was ist das? Ich hasse das. Guck mal, Regina, ich erklär's dir kurz, okay? Da klär's mir bestimmt falsch. Mach ja, nein, 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 nein. Ich weiß, um Regina, wer dich informiert. Also du musst im Prinzip einfach, die, ähm, die weißen Dinger, die musst du abschießen, muss immer nach links oder nach rechts drücken und dann abdrücken und die roten ohne wo so eine zündschnur drüber ist sie darfst du nicht abschießen okay und schießen zu sagen mit linker maustaste nähe schießen tue ich doch ja genau und nach links und rechts gehen mit a und d genau die stelle desto mehr punkte kriegst du also deine reaktion reaktion ist bei mir ja null hat man ja bei worsen gesehen nein die wie viele kommen da diesmal auch die ganze zeit bei den anderen geguckt ich hasse dieses spiel ich bin so nervös gerade alle weil ich so weil meine reaktionszeit einfach so scheiße ist so hart zu konzentrieren zweimal gemisst ich fick mich doch selbst ach scheiße ja komm schon ja jetzt muss nicht jetzt komme ich zur trophäe ihr wisst alle den heiligen himmel angucken und jetzt beten für mich ich glaube wir schaffen das gemeinsam an die spitze karl s style tja ich meine du kannst sogar wenn einer in der kiste ist damit ich kann es aber ich weiß nicht wie es mit magnet ist ich würde es jetzt lieber nicht machen 1 2 3 4 5 regina hast du damals mario party gespielt nö jetzt gucken alle so die kamer und sagen wie 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 alles gut oha aber ich komme nicht hin ja aber wir müssen dich theoretisch gesehen jetzt attackieren ja damit damit du nicht an die kiste rankommst ja ja zum glück ist aber keiner mehr dran der angreifen kann müsste theoretisch gesehen vor dir gleich sicher kann ich nicht angreifen mit diesen bieten ja doch schon ich weiß nicht ob das ankommt das glaube ich zu weit weg du kannst wie beim laufen bei cod kannst du jetzt auch gucken scheiße es geht nicht muss ich das jetzt benutzen nein 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 du machst einfach ne 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 das kann ich nicht egal kein problem man darf nicht von diesen goldenen dinger getroffen werden auch von dem blauen nicht okay um doppelsprung zu machen muss ich zweimal auf lehrtaste drücken oder wie das kann ich nicht das kann ich nicht scheiße ich bin auch nicht so beim game oh ja geil verdammt nochmal ja verdammt nochmal man hat mehrere leben ja scheiße das ist echt aber medikamente medikamente aus der schluss 2 bei meinem glück dieses trotz game bitte gibt ihm eins bitte gibt dem 1 ich kann sogar ich habe noch genug schlüssel sogar für noch eine glaube ich noch nie in meinem leben so schnell 100 euro verloren obwohl das stimmt gar nicht regina wir sind noch nicht am ende du hast du ja warum ich kann mir das auch keine aufgeben haben die hoffnung aufgeben du musst die hoffnung nicht aufgeben doch doch noch gibt es auf gibt es auf ich muss doch gewinnen entscheide dich bruder gibt sie auf stimmt ohne musik verlichte fokus kann ich hier auch da unten drin sind wie viel habe ich fünf noch 1 4 5 schlecht ich glaube dass wir selber aussuchen kannst dass es jetzt dein feld wird ja die also auf weihnachts map also ganz kurz mein schatz sagt hier gerade ich wurde von regina gefreintzoned regina und ich sind nur freunde alles gut kein problem ich darf gerne bruder zu mir sagen ich sage auch gerne schwester zu regina alles gut ihr braucht sich keine sorgen um mich zu machen ich glaube wenn die dann anderen spitznamen hören den ich dir gegeben habe dann wissen die erst recht dass du gefreintzoned wurdest ja bitte gib ihn mir gib ihn mir hast du den jetzt mal vergessen nein aber du sollst ihn sagen wohneproppen wohneproppen heiße ich bei regina ich bin reginas wohneproppen ja ja da gehen ja vorher ob sie ein freund hat der gab besser ist liebe dich das ist ja nein Nein! Shit! Nein! Du! Mann! Nico, was soll ich machen? Soll ich auf die Labe gehen und verlieren? Hallo? Hallo! Wie soll ich mich drehen, Digga? Ich kann mich nicht drehen, Alter! Das gibt's doch nicht! Uh! 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 Dich gerade mal mit hinterher! Oh, fuck nein! Shit! Oh, Alter! Wie sind die alle gegen mich verbünden, Digga? Das ist zum Kotzen, Alter! Ja, guck ihn dir an! Mach's einfach der Hübsche! Mach's einfach der Hübsche, Digga! Der Hübsche! Was ist los, Mann? Ist so, Digga, ist so! Halt die Schnauze, Digga! Versteck's doch auch dahinter, wenn dir das so gefällt! Ich hab's nochmal in die nächste Runde! Gut, kein Problem! Wo ist die Kiste? Oh, die ist ja komplett weit weg! Oh, fühlt sich das gerade gut an die Runde gewonnen zu haben! Ach ne Zwei! So kommen wir doch nicht voran! Karma! Oh! So frech bist du in dem Spiel! Hallo? Sack! Geht's eigentlich noch? Moment mal ganz kurz! Was ist los? Medi? Nico? Ich dachte, wir wären befreundet! Sind wir doch! Ein freundlicher Hieb! Aber warum? Einfach, weiß gar nicht! Okay! Gut! Jo, Marcel, check nicht, dass er dran ist, oder? Sorry! Kein Problem, Wonneproppen! Ich dachte, der Spitzname ist besetzt! Gib doch nicht meinen Spitznamen einfach so weiter! Komm doch! Wie soll ich ihn dann nennen? Such dir gefälligst einen eigenen Spitznamen für ihn aus! Aber gib doch nicht meinen, den ich dir gegeben habe, weiter! Wurde ich überlegen! Gar keine Ehre! Du Pupsmaus! Machst du mit Pupsmaus! Warte mal! Würde das funktionieren? Nee, ne? Geht auch nicht so weit, oder? Du kannst theoretisch links vor ihm hinlegen, damit er seinen Kaktus weggehen! Das geht! Also zu mir kommt es nicht! Scheiße! Für Monte würde es gehen! Fuck! Nee! Bringt nix! Alles klar! Aha! Karma! Ach scheiße! Nein! Nein! Das hab ich vor... Nein! Oh! Das ist echt mein zweiter... Boah! Hier schon wieder, ne? Wenn hier wieder steht Raccoons, ne? Und die sehen aus wie Füchse, dann schreie ich ins Mikrofon! Raccoons! Raccoons! Was sind Raccoons nochmal? Das sind Waschbären! 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 Und da sind Waschbären aber... Egal! Okay, egal! Das krieg ich schon hin, ich krieg schon hin! Chat, jetzt seid mal ruhig! Ich muss mich konzentrieren! Leertaste muss mal drücken, wenn man eingezählt hat, ne? Richtig! Alter 4! Riding Moose! Boah! Digga, ich seh gar nix mit den Augen, Alter! Man, 5, oder? Maschallah! In der anderen nehmen wir das Klicken, Digga! Dann weiß man mal! Ja! Ist wirklich so! Ich versuch die ganze Zeit so leise wie möglich! Hm! Fuck! Jetzt weiß ich gar nicht, was ich gerade gemacht hab! Ja, Mehdi hat verkackt! Ja! Es freut mich richtig, dass Mehdi verkackt hat! Es ist eigentlich dumm, dass man das hört! Ja, warum? Wer klickt denn da so laut? Ich versuch's so leise wie möglich! Ey, ne! Das bin ich! Ich versuch's so leise wie möglich zu klicken, Mann! Aber ich höre auch da so ein klicken! Ey, Regina hat's aber einen Teleport bekommen! Hä? Warum? Warum hab ich denn das Spiel jetzt gewonnen? Wenn ich jetzt diesen Teleport benutze, was passiert dann? Du kannst nicht mit jemandem die Position tauschen! Ich kann mit jemandem die Position tauschen! Aber nützt gerade ja nix, ne? Keiner ist nah dran, ne? Richtig! Ja, scheiß drauf! Komm ich mal hin! Oh ja! Moin, du sonst? Wie geht's dir so? Alles gut und dir? Ist soweit alles top! Muss einmal ganz kurz hier was einstellen, Digga! Bei mir funktioniert die Technik gerade nicht! Story of my life! Jetzt werden sie wieder angezeigt, oder was? Wollen sie gerade wieder angezeigt, Chat? Niko, du bist dran! Ich weiß nicht was, ich guck nur! Hey, Digga, ich komm einfach nicht voran! Sorry Leute, dass ich gerade die ganzen Subs und so nicht vorlese, aber ich hab schon wieder gesehen, dass... Da wurde aber nur einmal angezeigt, Chat! Oh, Digga, was? Oh, da ist wieder einiges passiert, es tut mir leid! Vor allem Shani, Shani, Garni, Sasuke schon wieder! Alter, was geht bei dir? Jetzt weckst du hart! Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön! Für all die gegifteten Subs! Ich versuche sie nach der Runde, wenn es ein bisschen ruhiger ist und so, alle durchzulesen und und so ein Danke auch für die groß! An Marek 7 für die 5 Euro! Danke schön! Oh nein! Dankeschön! Hey, ist doch wohl ein Witz, Digga! Biggi, achte mal kurz drauf, ob das wieder gut funktioniert oder nicht? Drei, Digga! Oh, shit! Hä? Ach, man muss sich merken, wo der Weg entlang geht? Ja, genau! Jaaaa... Okay! Ey, dieses Game, Digga, unbedingt mein Gehirn zu müssen! Mit der besten Steuerung wieder! Ah! 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 Ich weiß doch nicht mehr! Nein! Nein! Oh nein! Ich weiß nicht mehr weiter! Komm schon, komm schon, komm schon! Zeig mir! Bitte! Ich hab's, ich hab's, ich hab's! Komm schon, komm schon, komm schon! Oh, fuck! Ja, vorbei! Ah! Scheiße! Ich weiß nicht! Nein! Ich weiß nicht mehr! Das ist zur Scheiße, Digga! Scheiße! Nein! Ja, vorbei! Oh mein Gott, ich hasse grad mich und mein... Nein! Nein! Oh! Oh! Ja, Digga! Nein! Genau an derselben Stelle! Das kann doch nicht sein! Oh mein Gott, ich weiß nicht mehr, wie's weiterging! Nein, 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 nein! Scheiße! 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 Das gibt's nicht! Ach, komm schon! Tastatur! Jetzt mach nicht so! Oh, fuck! Nein! 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 Wieder letzte! Ja, I hate my life! Wichtig, Zweiter ist wichtig! Oh, fuck! Müsst ihr jetzt warten, bis ich da bin? Nee, 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 wir sind auch fast fertig geworden! Einfach besseres Klinger als du! Ach, Mann! Aber, Monte, Digga, wir müssen echt mal wieder in die Sauna pro! Ja, sehr gerne, Digga! Aber wenn die Corona-Morona-Kacke endlich mal zu Ende ist, ne? Ja? Ja, Mann, safe! Hm... Ist denn hier schon jemand nah? Na, da, da, da? Ja, ich vergesse, Digga, die haben alle Teleport! Du auch, aber Medi auch, Regina auch! Alle haben Teleport! Nachbar-Incoming! Ja, Dankeschön! Ich hoffe nicht! Oh, bitte nicht! Oh, bitte nicht! Bitte bleib! Hey, Junge, ich hab zwei, drei, drei gewürfen! Wollte mich festen, Junge! Was ist denn das? Aber Rekete ist nice! Rakete bringt mir doch überhaupt nichts, egal! Was soll ich mit der Rakete? Ja, aber... Allgemein! Ja, allgemein! Ist das weiße Feld dann meins? Oder krieg ich dann Damage von Dings? Ja, ich meine, das müsstest du eigentlich selber auswählen können. Ja, das ist das schwarze. Das weiß doch nicht mehr. Ich hab keine Ahnung, ich weiß auch nicht, warum Niko da eben Dämpft abgezogen bekommen hat, weil eigentlich ist das kein Ausgleich. Gehen und da macht einig Sinn, ne? Habe ich Dämpft abgezogen bekommen? Ja, das Schüsse aus dem abgezogen bekommen. Oh, okay. Ja, klar! Ich hab zwei Steps noch statt dort noch einen. Ja, ja, das in der Mitte, das wäre ja Damage. Naja, Medi. Ne, ich weiß nicht, wie viele Dings Steps noch gehen kannst. Ja, Digga, wenn die scheiß Corona-Zeit vorbei ist, dann wird es echt alles wieder entspannter. Dann kann man auch mal wieder easy gehen. Aber wir müssen gucken, dass wir nächstes Mal längere Handtücher mitnehmen. Ja, das letzte Mal haben wir ja zusammen in der Sauna unten da in den Keller, ne? Bei ungespielt auf dem 31-Tages-Film. Ja, ja. Wer ist gerade dieser Kaktus? Ich? Ja. Ja, okay, es bringt ja nichts, wenn du... Ach, scheiße. Richtig. Nimm doch selber den Kaktus, Regina. Dann hast du Schutz eine Runde. Mhm. Das ist auch wieder recht. Stimmt. Ja, komm, mach ich. Bevor gleich wieder was passiert. Ja. So, jetzt gewinnen Rakete und Abfahrt. Ach, nee, Digga. Scheiße, dieses Game, Digga. Was ist... hä? Du musst Geschenke klauen bei anderen oder in der Mitte neben und zu dir stellen und am Ende, das Spiel ist super dumm, müssen wir eigentlich auch wirklich raus machen. Am Ende gewinnt der, der am meisten Geschenke hat. Es zählt nicht, wie viele Geschenke du die ganze Runde hinträgst, sondern am Ende... Oh, das ist ja bescheuert. Das ist ein super dämliches Spiel, Digga. Ja, okay, das ist wirklich dämlich. Aber egal, okay. Es macht auch so hart auf den anderen. Ja, ja, ja. Es macht halt auch keinen Sinn vom Regelwerk, für mich. Och, Mann. Boah, Anna-Kreudos, Digga. Ja, Medi, es macht halt einfach keinen Sinn. Ja, Bruder, was soll ich machen? Das ist das Spiel. Ja, keine Ahnung. Also, wir können jetzt einfach so weitermachen, wenn du Bock hast. Können wir gerne machen. Und die beiden machen das unten auch, ne? Die kämpfen die ganze Zeit mal nur selbst. Es macht halt einfach keinen Sinn, das Spiel. Willst du bei Münter was wegnehmen? Hey, hey, hey. Ja, Digga. Kannst du auch noch, Medi. Könnt dir selber überlegen, wie du das machen möchtest, Digga. Okay. Kannst du alle auf mich gehen? Ja, gibts Glück. Nee, hier ist doch noch nicht mal. Danke. Wie man sich kämpft für meine Sachen. Montag, 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 Hallo? Ihr dürft jetzt nicht dumm sein. Montag, 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 Montag. Einfach, Digga, aber das war... Also, Digga, du musst immer ruhig. Alter, Digga. Ich hab auch 100 Jungen, Alter. Ich hab auch 100 Jungen, Alter. Ich hab auch 100 Jungen, Alter. So ein kleiner Fass, Digga. Was ist das geil? Die anderen haben selber aufgebrochen. Das waren 31 Jahre. Und wir mussten morgen beim Ende wahrscheinlich die erste da. Ist das stark, Mann. Warte, du hast die Kiste drin? Nee, noch nicht. Noch nicht. Ach, scheiße, nein. Moment mal ganz kurz. Aber jetzt, sorry. Ich muss sowas callen. Wenn ich sehe, dass du gleich 5 Geschenke drin hast, dann muss ich doch sowas callen. Oh, shit. Oh, nein. Nein, mach nicht so. Ach so. Kannst du? Okay, gut. Du bist nicht mehr dran. Okay. Der kriegt die Kiste. Stehst du ein, Niko? Ich überleg gerade. Er überlegt gerade. Niko überlegt genau. Wir treffen beide teleporten, ne? Ja. So müsstest du dich teleporten und nächste Runde das Minigame gewinnen. Theoretisch gesehen. Er kann nicht teleporten wegen dem Kaktus. Der Kaktus geht einfach nur weg. Wenn er sich mit euch teleporten... Echt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bester tipp Marcel. Danke dir. Die 100 Euro sind meine. Marcel hat echt immer gute Tipps in dem Game. Muss man ihn lassen. Ich spiele hier gerade um 100 Euro. Ich spiele hier auch 100 Euro, Mann. Ich spiele hier auch 100 Euro. Ja, ja, ja. Man muss halt versuchen... Hä? Was denn das? Hä? Welcher bin ich? Ich bin ja in der Mitte. Hä? 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 Das ist ein Bug. Was? Warum bin ich in der Mitte, hä? Das ist ein Glitch? Das ist verbuggt. Ja, das geht ja nicht. Das geht. Alles gut. So. Yes. Easy Punkte, der Niko. Es geht hier um 100 Euro. Es geht hier um 100... Aber ich kann doch auf den Wald trotzdem spielen. Ja, das ist halt auch asozial. Hä? Das macht ja gar keinen Sinn. Digga, ich kann... Irgendeinen Vorteil, irgendeinen Vorteil. Hä? 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 Ja, das ist ein absoluter Witz gerade. Was hier passiert, Niko ist einfach erst... Ja, das ist ja... Einfach nur Lula, Niko. Das gibt ja... Hä? 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 Was? Was? Warte, 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 warte. Wie kann das sein, dass du gewinnst während... Was? Die da oben. Das sind die da oben. Du bist am Arsch der Welt. Kein Wunder, dass du gewinnst. Ich bin's dem... Kannste keinem erzählen. Na ja. GG, Niko. Bringt ihm auch nix. Es sei denn, er teleportet sich. Also theoretisch... Oh! Ich bin hier noch im kompletten Game, Digga. Ich kann's immer die Schnauze halten vielleicht. Ja, schreit immer auf WhatsApp, dass sie die Fresse halten soll. Die ist noch nicht besetzt, ne? Ja. Ist Regina jetzt vor, äh, Dings? Ach, das ist jetzt. Ja, Regina hat die Kiste. Ja, Regina hat die Kiste. Ihr erste Kiste, glaub ich. Jaaaa. Regina, du kannst vor... Brauch ich doch nicht, hab doch genug, oder? Ja, aber du hättest da 40... Die noch was nehmen können, theoretisch gesehen. Ah, stimmt. Juhu! Neuer Meilenstein. In your face. Das wird unangenehm. Ach, dieses Langlaufen ist auch so nervig. Regina, jetzt da oben nochmal rausgeploppt, oder was? Ja, ja, weil man hier so ein... Du musst da unten raus, genau. Hier rechts abbiegen kann ich nicht, ne? Ne, du musst einmal oben rum, genau. Bisschen nervig. Perfekt. Nice. Wichtig. Ne, Rakete bringt mir nix, Chat. Welch Rakete nimmt, bringt auch nix. Nee, ich krieg jetzt auch noch das Geschenk. Oh, stimmt, Digga. Geil. Laser, Laser. Was ist das... Was ist das beste Geschenk für denjenigen, der das Geschenk bekommt, und das Schlimmste für das, was... also für die anderen. Ach ne, der ist gut, aber er hat eigentlich gerade im Grunde das Beste. Och, das Game ist... Hä? Da werden Wörter angezeigt, die musst du... Buchstabieren? Und wenn man da draufkommt, muss ich dann glaube ich... Ach so, okay. Oh, Scheiße. Hallo. Hallo. Mach doch... Ach, kann man mich sch... Kann man die Leute schlagen? Hey! Mann! Na! Fuck, fuck, fuck. Komm schon. Äh, warte, wo ist... Och shit, Alter. Das gibt's doch nicht. Mann! Schon wieder vollkommen lost hier. Mann! Och, das gibt's doch nicht. Die so schlecht... Ja, vorbei. Vorbei. Geht ja gar nichts hier. Boah, Alter! Wer schlägt mich denn hier die ganze Zeit? Mann! Das macht keinen Spaß, das macht mich einfach nur noch sauer. Das ist so... das macht echt nur noch sauer, Mann. Mann! Oh! Oh, komm schon. Oh, Mann! Mimimi! Oh, das gibt's nicht. Das ist doch scheiß K. Mann! Amann Accordum, Digga, da! Ja, muss ich schon Zeit. Äh... Ich kann das einfach nicht... Ich kann das auch nicht, Mann. Das ist nicht... Ja, vorbei. Ist echt. Das ist ja... Ist lächerlich. Das ist wirklich lächerlich, was ich hier abziehe. Boah, Alter! Wo sind die diese Scheiß... ist jetzt schon man ist man ist aber viel zu lange ist dann das ist einfach wenn er zum einen geschenk man es viel zu lange ist einmal ist geschenkt jetzt mini spiel er muss jetzt eigentlich aber zwei drei vier fünf ganz ehrlich also das ist ja ein trauerspiel hier wirklich das ist ein trauerspiel wie viel macht das dings rakete noch zehn zehn hallo aber nicht da müsste ich acht würfeln bringt nichts geschenkt aber ich muss er ihn bringen er macht es nicht richtig für das selbstbewusstsein wäre ich aber auch sauer gewesen sage ich ehrlich kiste fühlt sich jetzt nicht so heftig an weil ich habe mir mit geschenkt aber nichtsdestotrotz ist wichtig für selbstbewusstsein das stimmt tolles feld das bringt mir die bisschen du bist so der größe also da muss man jetzt mal gerade kurz sagen wer ist gegen weniger das ist eine drücke w und 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 es nach oben jetzt im ring stehen und gegenseitig boxen hey monte jetzt kannst du doch mal hier ach so medien ausgebildet was hat er damit absicht gemacht weil er natürlich er weiß dass du das zweite mal spiel charakterlich schwach wird er aber nicht ich schwörs das ist alles anfänger gleich geht es richtig los also jetzt kannst du echt nicht seit shit hat ja viel gebracht hat ja es gibt ein pokal gleich und leckerlich wir können eigentlich verboten das so warte mal da gibt es recken pokal wenn er das nicht das gehört verboten das gehört echt verboten also zumindest wenn jemand dabei ist der erst das zweite mal spielt das so jane kommt ich werde ich habe mir sogar gewinnen sollte das geld spiel jetzt gerade ich finde es ehrlich gesagt von dir einfach ich jetzt einfach nicht von nein 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 pass auf die kondition man von anfang an geklärt das schon von anfang an dass ich das spiel das erste mal am freitag gespielt habe und ich wusste ganz genau worauf ich mich ein also alles gut fertig du bist ja lange in dem game drin aber es ist ehrenlos ach quatsch doch doch steht auch im regelwerk drinne nein mann ich habe ich weiß auch ob ich mich eingelassen habe alles gut ist fern square ich scheiße man ich habe ich gerade richtiges unglück in was die kiste angeht das ist gerade echt ein bisschen belastend muss ich ehrlich sagen wird schon sind ehrenschulden nein toll autofahren das beste was ich kann das ist absolut mein talent super ich muss einfach auch dieses spiel auch diese steuerung ist das scheiße bitte lacht mich nicht aus fuck 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 ich demoliere hier alles sachbeschädigung sachbeschädigung nein nein was ja vorbei die anderen rasen jetzt gleich an mir vorbei sehe ich jetzt schon ja genau komm ist okay ja trauerspiel fehler gemacht trauerspiel das ist nicht das ist ja ja genau ich komme nicht mehr raus okay alter jetzt kommen jetzt ist okay das ist nicht wahr das ist einfach nicht wahr nico macht noch fehler ich merke das ganz ehrlich ich sehe nichts nico macht noch ein fehler weg dann direkt hinter dir komm nico was ist das für ein scheiß nico ich habe gut aufgeregt war wirklich tief in einem anus aber dann was zum teufel das ist nicht wahr das gibt es nicht muss ich jetzt die runde zu ende machen oder was ist das für ein scheiß ach man kann mal einer von euch jetzt endlich gewinnen damit die runde zu ende ist ich habe keinen bock mehr diese steuerung ist das ist echt also bei dieser tastatur nicht dafür brauche ich einen controller tut mir leid aber das ist ich habe ich habe einen controller und das problem ist diese dieses konfigurieren das ist du musst das konfigurieren doch musste ich also ich habe ja vorher immerhin mit dem laptop geschrieben deswegen ging das ja vorher mit worsen und so nicht wir denkst du kannst einfach die controller anstelle anschließen und sofort los geht's naja das hat beim letzten mal nicht geklappt ich muss das erstmal konfigurieren vielleicht nicht bei pummel party okay aber bei den anderen spielen die ich alle spielen wollte muss beim nächsten mal einfach mal machen jetzt ist es so wie es ist das ist nicht wahr ich habe ich bin mal die ac versichert ja warum hört man das nicht auf ja wollte ich gerade sagen ey mann ich habe ihnen eine ragnete gibt doch ein geschenk das brauche ich jetzt eher katastrophe dann fragen sich einige warum ich keinen führerschein habe hast du keinen führerschein regina aus sehr gutem grund okay was der grund ich habe angst beim fahren nico das weißt du doch ich habe bei dir hinten im auto gesessen als wir am nürburgring waren natürlich wie konnte ich das vergessen nee es war gerade nur ein test zusammen im auto nico also bei dir läuft heute rückwärts bruder mit mit den dings ne hey digga ist gerade echt krass als hätte als hätte als hätte allah gesehen dass ich geld eingesetzt habe und wir bestraft mich jetzt dafür digga 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 der moin falsch gezählt nochmal 3 4 das das muss doch machbar sein chat das muss doch machbar sein jetzt würde ich jetzt kommen hau raus wenn du jetzt noch dein drei wein einsetzt dann geht es vorwärts digga nein nein ja das war es aus was habe ich denn hier noch für wenn ich diesen magneten einsetze ja kann ich den auch von dieser distanz einsetzen oder muss du ausprobieren aber sie hat sich ein kaktus verloren das auch den nein ja geil was zum teufel ich habe also wirklich das ist ich glaube gegen mich zu spielen macht das absolut spaß ja media hat gefühlt gedrückt also der eigentliche ein dreißiger hier ist tatsächlich media der auf ernst macht hier in der runde und das geht um geld hallo ja natürlich aber ich meine es muss trotzdem noch in dem verhältnis stehen spielt sie zum ersten mal ich finde ich habe die wette angenommen das ist meine verantwortung gut alles klar was dies ok einfach die leute abschießen diese steuerung ist richtig mies waa 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 no oha oha egal immer noch fünf schlüssel bekommen robert bester mann damals schon weise gewesen mit dem tipp immer oben bleiben ich habe immer dich belieftiger so und jetzt verdient jett verdient an das ding daran vielen dank für die glückwünsche danke euch danke euch verdient da ist keiner von uns die medie gelassen die wollte mich die ganze zeit attackieren ich habe das gesehen aber irgendwie die oben taktik ist nicht schlecht ich habe nicht einen pokal gut investierte hundert euro sagst du ja sehr ich war mal im chat ausrichten erst einmal nico alles gute zum geburtstag und eben was ja du bist ein ehrenmann steht hier ganz viel dankeschön ganz ganz kurzer hinweis nur sollte sich niemand mit importieren dann hat mir die nächste runde eventuell schon die kiste also theoretisch gesehen immer rüber mit dem dreieck also sollte die map übersicht erst mal rausgehend aus dem menü immer rüber gehen wir rüber zu medien wo ist er denn hier ja 1 gehen noch mal weiter weiter er braucht eine 1 2 3 4 5 6 um nächste runde an der kiste zu sein wenn er erster ist kann ich diese komische diesen diesen dieses komische dingsbums machen du kannst das hier mit ihm teleportieren ja macht die aubergine die aubergine töten und damit was ist mit dieser abrissbirne die werden auch nicht töten richtig scheiße auch das nicht ich weiß nicht wenn ich mal ausprobieren warte mal ganz gut ganz kurz wo ich bin machen noch mal er nach links nach links ist gar nicht wo ich ja und das macht man macht die aubergine macht die aubergine und da schaffst du sie wieder aubergine zu eben doch 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 ein warum sollte ich das nicht schaffen ist doch ich versuche es einfach mal okay ich versuche es einfach mal wenn es nicht klappt dann ist das so muss ich die selber dahin das ist kein team aber ich habe nur wir spielen alle 100 euro und ich habe die beiden nur darauf hingewiesen dass mir die sonst gleich gewonnen hat ja das ist ja ich muss ja mir noch ein bisschen zeit verschaffen also das hat ja schon ist schon eigennützig gewesen die passt aber gerade für die faustaus augen aber aber hat die die jump technik ist gesehen das ding ins wasser gleich natürlich ist die hinter mir auch hätte es ist das ist einfach nur aussie 10er digger nein ich hätte nicht den potten zu müssen weil medien hat doch auch teleport ihr fische alle hallo nimm doch ja geil bin gar nicht im game gerade vor der lost auch kommt ja und er so nicht alle nicht dämlichen games ich schwöre und jetzt eben schnell das viel schneller gewesen als die anderen haben die das geupdatet das plötzlich schneller gekommen das gibt es nicht alter diese tastatur wo aber das knapp scheiße war das knapp nein 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 oh nein alter das ist nicht wahr das ist nicht wahr ok 2 das ok medie vor mir medie hat geschenkt wenn das jetzt bei ihm direkt gönnt der gönnt es er gibt mich spiel ich weiß es oder aussetzen mit auto läuft nicht so gut läuft nicht bei dir ist einfach so bei der anfang war ein bisschen zähler gar nichts wo ist denn dieses special geschenk jetzt in der überhaupt zehn felder digger ronix was hast du für eine tastatur dass du nicht klar kommt es ist nicht die tastatur ist meine finger ich kann mit der tastatur nicht klar also meine finger kommen mit der tastatur nicht klar egal welche tastatur ich hätte mit controller sind solche spieler viel einfacher das ist aber ich muss mir echt den controller jetzt machen also hier ein installieren und dran machen wenn ich hier auf das feld kommen party das lasse ich nicht auf mir sitzen ich meine warzone ist eine sache dass ich das nicht richtig hinkriege aber das ist inakzeptabel spieler es geht nicht ihr spinnt geiler song chat rechts jetzt nico aber gut nico nico stehe ich in der holt nico kann ja theoretisch gesehen eine kiste erst mal bekommen aber da hat er noch keine also verkehrt ist jetzt die frage ist dann wo die kiste danach spawnt wahrscheinlich direkt hinter meinem arschloch war ich weiß ganz genau was macht ihr schrotflinte da habe ich einfach irgendjemand abschießen ja genau aber nur eine gewisse entfernung nicht über die ganze map wie darf man sich aber noch nicht von den kugeln treffen lassen genau simpel aber ja wird aber schwierig ja mal da war heftig wäre wenn die kugeln sich noch abstoßen würden so mäßig ja das darf doch nicht wahr sein mann du huren sohn regina hat gewonnen das gibt es doch nicht mehr regina du wärst besser maschallah maschallah wie es gerade richtig verwundert du kannst in dem regina und schon zur kiste kommen du hast ja ja ich glaube du kannst die rakete nehmen zehn felder und dann würfel mit glück bis zum schlüssel ja mal gucken also kommt als relativ selbst sogar bin ich mal gespannt und ins gruppe hat teleporten und medien auch teleporten nein aber auch genug schlüssel oh bitte mach nicht so oh okay nico hat noch teleport bringt aber eigentlich nichts liebes juju nimmst du das nicht als kompliment war wenn die jemand schreibt dass du hübsch bist schön bist ich nehme das absolut das kompliment war aber was euch denn sagt die nächste runde das mini geld manchmal ein bisschen so ich bin dankbar wirklich dankbar ich bin ultra geschmeidert aber ich weiß meistens ich bin ich vor dir und du bist ja noch an der reihe und kannst mich killen meister bei den schluss noch gestern ich wusste ich dass du neunz hattest du immer stehe hier von medien leck mich am arsch eine coole coole aktion die tauschaktion gewesen media hat auf jeden fall spaß gemacht danke dir liga ich muss jetzt gewinnen sonst kriege ich die die dinge ich schaue ihr müsst jetzt bitte einmal im leben wirklich beleiten wo bin ich wo ist meine hingegangen meiner steht im abseits hallo geht es eigentlich noch ey das ist das was soll denn das was soll denn das ey mann oh mann ey das ist doch scheiße es geht hier um 100 euro wo ist meine guckt euch das auch mal an aber vielleicht bin ich wieder ah 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 du kriegst keine punkte eigentlich so assozial das ist jetzt voll hängen geblieben genau so wie vorhin mit diesem laser ding ah ah nein nein oh das gibts nicht die lenkung ist so bestimmt mit kontrolle das ist oh was zum teufel shit nein oh das gibts nicht alter ah ah so ein müll ey so ein simples spiel der hätte ich locker abräumen können und nicht mal da kann ey regina hat aber auch noch teleport ne ist es im richtigen da steht direkt ich glaube ja hab ich ja gut regina kann ich den schlüssel nicht gönnen regina ist warte mal ganz kurz ach so ok regina ist vor vor solution wahrscheinlich vor nico dran ok gut 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 ok ja bringt mir eigentlich nix egal was ich mach rakete würde nix bringen na ich mach einfach so und gut ja perfekt digga nice es wird sich gleich entscheiden wo die kiste ist digga wo die kiste ist das wird sich entscheiden das ist entscheidend oh stimmt ja so regina holt sich den zweiten schlüssel nur ganz kurz festgehalten inskopat nicht ein und der spielt heute das zehnte mal regina spielt das das zweite mal mhm wenn ich jetzt den kaktus sagen wir mal benutze und mir den pokalhüller also diese kiste ne der bleibt der bleibt der bleibt der bleibt ja 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 ok obwohl eigentlich mach doch regina du hast doch nicht ach nee 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 warte nee 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 noch nicht der kaktus bietet dir jede runde schutz also ihr äh du hättest ihn jetzt benutzen können es hätte nix an der situation geändert außer dass du nächste runde nicht angreifer bist ja ich warte ah nee warte mal gut das ist gut glaube ich chat theoretisch gesehen braucht drei schlüssel ah nee bringt eigentlich nix die andere können auch attackieren die anderen können auch attackieren sonst nicht das ist perfekt für dich digger du kannst einfach umlang laufen ja gut aber du kannst wenn ich nächste runde nicht erster werde mich attackieren und ich hab nicht genug schlüssel also insofern ist es eher ja 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 auch von der position von der position ist es nicht schlecht digger du brauchst du eine rakete und dann hast du es live stream chat ganz ehrlich ihr sagt hol den win das spiel nächste runde kommt das ist nicht fair das spiel 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 ist nico schon raus lul mhm iiii nein oh scheiße gut wenn du jetzt eine rakete bekommt wir warten nochmal ab chat wir warten nochmal ab noch ich weiß nicht wie viele felder warten wir mal ab tag nicht vor den abend loben ich habe eben die 2 gewürfelt vergesst das nicht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ja du hast safe gewonnen du hast safe gewonnen gg digger warten wir mal ab egal du wirst niemals eine zweite ist safe du kriegst eine 4 6 7 irgend sowas ja ist so gg chat g fucking g und wir halten ganz kurz fest gg erstmal regina stark gespielt medie auch stark gespielt medie sag's mir nochmal ich fand nicht dass das teaming war ich habe nur die anderen darauf hingewiesen halt dass du sonst gewinnst was anderes als wenn jetzt nico im minigame sagt alle auf morgen sind wenn jemand zwei pokal hat natürlich gehst du auf den willst ja gewinnen macht ja keinen sinn aber halten wir ganz kurz fest der verlierer des tages in scope aber da muss man auch sagen dass wir schon eklig mit ihm gehen und nicht und nicht und nicht nicht eine trophäe digger nico ganz kurz dein statement dazu wie fühlst du jetzt an an deinem geburtstag wo nico der ist raus der ist da der ist ohnmächtig geworden 100 euro verloren nico du weißt schon dass ich nicht einen monat warte ich bin kein grieche ne nico nico ich biete dir einmalig jetzt an warte mal lass mal kurz gucken äh lass mal kurz gucken hey ich biete dir jetzt einmalig an nico alles oder nichts regina schreibt sich eine zahl zwischen eins und zehn auf dem zettel und wer am dichtesten dran ist hat entweder alles oder nichts nichts jetzt kein problem chino hat mir gerade 100 euro gedetet die überweist ich dir einfach direkt weiter also willst du nicht alles oder nichts machen mach 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 was muss ich machen also völlig voreingenommen regina schreibt einfach auf den zettel eine zahl zwischen eins und zehn also entweder eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn ja wir sagen eine zahl schreiben uns die auch auf zeigen die in die kamera oder sagen sie regina und der der am nächsten an der zahl dran ist die regina aufgeschrieben hat hat entweder halt 200 euro gewonnen oder auf null ja voreingenommen im sinne von dass regina jetzt natürlich nicht weiß welche zahlen wir aussehen werden ja ich hab schon meine zahl ja regina hast du schon eine zahl aufgeschrieben ich werde sowieso nicht gewinnen eine zahl zwischen eins und zehn hab ich ok ok ich tippe eine zahl ins handy ich werde emote only ausmachen äh anmachen weil der chat hier sonst die lösung verrät oder nein aber ich will einfach nicht beeinflusst werden ihr müsst mir sagen wenn ich revealen soll ne ich hab meine zahl in mein handy getippt nico wie sieht es bei dir aus ich auch ok ich zeig jetzt meine zahlen ich hab die fünf genommen ich hab die sechs zeig's mal in die kamera ich hab die neun ausgesucht abgehoben regieren das war's mit uns beiden ganz ehrlich das letzte mal dass ich wieder gestreamt habe so schnell gibst du auf schwarz nico gg wo wir noch eine runde machen oder was wenn ihr bock habt ihr könnt gerne machen ich bin raus ja warum bist du raus ich bin grad erinnern noch eine runde raus und zocken digga ja egal dann chill ich auch noch so ein bisschen mit dem chat ich weiß ich weiß mir die werden mich ein bisschen warten lassen ist auch ok alles gut ok ich würde auf jeden fall an der stelle sagen lasst uns gerne mal die tage wieder zusammen zocken zum glück wäre ich ja nochmal mit dem blauen auge davon gekommen dann wünsche ich euch auch mal einen schönen abend tschau tschau